Die VB Leasing mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und umfassendem Know-how in allen Bereichen der Leasingfinanzierung und maßgeschneiderten Serviceleistungen ist stärkster Partner am österreichischen Leasingmarkt. Neben individuellen Finanzierungslösungen bietet die VB Leasing auch maßgeschneiderte Serviceleistungen an. Wir schnüren optimale Pakete gemeinsam mit unseren Kunden und treffen Finanzierungsentscheidungen schnell und unkompliziert. Egal ob Kleinwagen, Mittelklasse, Van, Sportwagen oder auch Zweirad, wir finanzieren Ihren Neu- und Gebrauchtwagen. Der Fokus des Geschäftsfeldes Transport Leasing liegt auf LKW-Flotten, Nutzfahrzeugen ab 3,5 Tonnen und Baufahrzeugen. Die Kunden der VB Leasing profitieren von profunder Erfahrung und hervorragenden Konditionen. Das Geschäftsfeld Mobilienleasing umfasst sämtliche beweglichen Wirtschaftsgüter wie beispielsweise Hubstapler, Bearbeitungsmaschinen, Produktionsmaschinen oder Objekte zum innerbetrieblichen Transport. Die speziellen Angebote für Arzt- und Zahnarztpraxen und medizinische Labors reichen bis hin zur Einrichtung und Ausstattung. Komplettlösungen mit entsprechendem Know-how im IT-Bereich. Sie profitieren von Kooperationen mit Systempartnern, Herstellern sowie von der Kostenreduktion und höherer Flexibilität in der Ausstattung mit aktuellen technischen Standards. Umfassender Service aus einer Hand, flexibel finanziert. Durch die regionale Verankerung sind die Experten der VB Leasing immer nahe am Kunden. Die VB Leasing wurde bereits zur Bank des Jahres gewählt und hat schon zweimal den ersten Platz beim Wettbewerb Goldmünze als beste Kfz-Leasinggesellschaft Österreichs gewonnen. VB Leasing – Like it, lease it.